Kennt ihr schon den Campingplatz der Pekelinge an der niederländischen Nordseeküste? Ein toller Platz für Familien. Es gibt hier wirklich alles. Einen wunderschönen Wasserspielplatz, einen modernen Pump-Track, ein wirklich schönes Schwimmbad mit Outdoor-Bereich, aber auch Indoor. Hier zum Beispiel das Kleinkindbecken. Das Ganze ist überdacht, also auch für schlechtes Wetter super geeignet. Es gibt überall große Spielplätze, Spielflächen für Sport und Sportangebote, auch Indoor. Ein wirklich schöner Spielplatz mit einer krassen Rutsche. Die Sunny sind sehr, sehr sauber und perfekt für Familien geeignet. Und auch die Stellplätze sind groß und oft direkt an Spielplätzen gelegen. Wir waren diesmal aber in einer Familienvilla für elf Personen. Das war was wirklich Besonderes. Hier gab es ein Spielzimmer mit reichlich Angebot und ganz, ganz tollen, modernen Stockbetten. Die Kinder haben es sehr gefeiert. Die Animation war international, in niederländisch und deutsch. Wenn ihr ans Meer wollt, perfekter Platz.